Sehr vielen Dank dafür, dass ihr von der Woche unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Uns wird auch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut werdet, in der Unternehmung den Subscriber wieder anklicken. Vielleicht schreibt ihr euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht werdet ihr uns auch mal in der Folge, schreibt ihr uns ihr Zeugnis teil. Wir beten auch, dass alle unsere Videos einen Sehen für jeden Sammeln möchten. Ich wünsche jedem ein Gottes Sehen, werdet verheirchen. Mein Name ist John Neyfeld. Und ich will, der Gott ist nicht ihr, mein Zeugnis hier mitgemerkt werden. Und ich will vielleicht viele Fehler merken, aber ich habe auch viele Fehler gemerkt, aber hier. Ich sehe dann, dass der Herr Jesus mir gerathet hat. Und ich will die Klimaschie von meinem Leben Jesus dazu vertellen. Und ich war es ab, ich bin auch hier. Und ich bin auch hier in Kapolinen, wie ich geboren bin, war 12 Jahre alt abgeworfen. Und dann trafen meine Eltern und Kampache und von der Sankturan wieder abgeworfen, war das nicht mehr Frieden. Und ich bin auch hier in Chihuahua, aber die Geschichte, wie so, hat wir ganz alkanisch abgelehnt. So, dass viele von jeden Tag geworden sind, was das waren hier. Und ich lerne, die jetzliche Dinge, also zum Kirchessen, in der Bibel lesen und so weiter. Und ich lerne, Kirchessen, ein notwendiges Lied. Und schon mal erklärt worden, weil, was du für eine gute Wahrheit hättest, waren wir, was ich nicht lüht, als sei. Aber die Geschichte, wie er dort wird, ist so, dass meine Eltern, die jengt dort Knob, was ich geschraut war, und ich war noch ein bisschen wieder drei Umfang. Und ich war dann so ab, und ich fang an, und ich mache Juhn zu sein, und wo ich die erste Zeit, die Säure abposten wollte, und ich wollte mich nicht versenden, und ich wollte Schmacher sein, als die anderen. Und dort hängte ich immer von Schmacher sein, auf. Und dort eine Konkurat wurde, und dann poste ich immer Säure ab, dort ich wollte nicht viel trinken, oder ich schief ein Täter, ich verhält mich. Und so wieder, und dann kriege ich auch noch so viel verspart wegen dort, und und dann bin ich auch noch ein Täter, viel zu Hause geblieben. Und dann luchte ich, weil ich war Grathe, alle und alle, und ich war dem auf einmal, dann, dann hör ich mich ganz und da und übergegeben, hier in mein Leben. Und dann habe ich doch alles mit mir, und was die anderen alle duiden, ich fang an in Drinkerie, nachher zu gehen. Nächste sage ich, oh, ich habe einen Tag, ich habe mich ganz und da und übergegeben. Und, drinken, fliegen, was auch immer. Das ist eigentlich ein Täter, wie ich ganz und da und ich immer. Aber, Gott sei Dank, ich habe mich luter gewesen, wie auch wir. Und, dann wieder, wir, dann meine Augen gingen dort knoppen, durch die Klinie, wir nicht so reich arbeiten. Und dann, ich schaue dort, ich schaue, und ich büte die Klinie. Dann habe ich so einen Menschen geschaffen, der wir im Kreis, und dann habe ich, glaube ich, ein paar Jahre für den geschaffen, über dem, oder wieder ein Jahr, glaube ich. Und, ja, dort wird ein Jahr, dann, aber ich würde ja auch noch den Sinn gelaufen, und ich würde abpassen, ich will um uns nicht, was von dort. Aber, Gott sei Dank, ich kann sie in Lebenswohnung bekämpfen, da ich dort ja, was ich dann verabschiede. Und, wenn ich das Jahr, der Engel, was ich dann abhielt, dann, dann habe ich auch eine große Freude, weil ich kann, mit einem, über geistliche Gemeinschaft, geistlich verteilen. Aber, ja, dann, wo wir uns dann befrieren, und dann muss ich dann unbedingt drehblieben von der Ütschhofen, denn du in der Klinie blieben. Und, dann, äh, du leuchtet, leuchtet wir uns dann dhaufen, ich da da, und meine Frühe, was dann in meine Frühe ist da hier. Und, dann, befried wir uns, und laun da, und traut ein Fraschstrain und Kampetsche. Und, äh, dann schaute ich die Vara für diesen, Mensch, wo ich auch erhört, du so, und, äh, Gott traut mich, und Gott traut mich. Ich habe gesagt, ich schwere Tiden gegangen, verschieden ist das. Aber dann wird wieder da dran trauen, da wird wieder ein Füß, nur eine andere Kauk, da wird nicht mehr ein Ölköniger Kauk, und, äh, und, äh, und, äh, ich gehört eine Botschaft von Amawara, durch, äh, andere Menschen, die hören wird, wo ich noch nicht hören, aber auch, wie Opfer der Gäßliche, wie früher immer war er, die Kauk, und, äh, und, aber immer ein Tag, und, äh, und ich kriege dann auch verschiedene Details, die Gäßliche, äh, für Gäßliche Erbühungen, und dann, aber immer ein Tag, hat mich auch ein Zeugnis geschickt, von einem Mann, von Bolivien, wo, wo, wo das ich bekehrt habe, ich weiß auch nicht, nun, aber, ich weiß auch, wo ich da, wo ich auf Flutenbrücken habe, wo ich da, wo ich da, wo ich da, so viel Verfolgung muss, wie in seiner Familie, dann kann ich mir auch handgeben, ich weiß auch, wie, 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 riech, war dochand, da, mir wie Crochet, wie 政府, w er, tatsächlich, hier, es war wichtig bei Yeah es so, aus der andere, aus alle andere Menschen, wo das euch, die ich mir gehört habe, ich hörte gerade so gut neuerlich und dann geöffnet mir Hand, Herr Jesus, und früch an Vergebung für all meine Sünden, und laut damit mein Herz an, und wo das dir danach wird, ich wollte auch nicht gerade, weil auch noch wieder, wie ein Bett nicht hittet, und ich hörte, noch einmal schwor, ich fahle den Frieden nicht, weil ein Tag, ich dort war so schwor fahle Ewa, dann, dann behe ich, denke ich mir, wo du sagst, ein Bier, zu den Herrn Jesus, und behe ich wo den Frieden, oder ein Bier um uns fahen, dass mir noch einmal so schwor wie Ewa, und dann sag ich im Kopf, bloß einfach ne Vision, sag ich mir so, wo Jesus fahr mir wie in Gott sei Dank, ich kann auch die wahre Geburt beleven, du dann, und vandaan hör ich früher, und ich hör das bloß auch ein Anzeichen, dass ich auch Jesusbruch krieg, so gut als alle andere Menschen, aber ich würde, ich würde auch in jeder einen Moment merken, weil die Trübel hast, mit Salz gereicht sind, und sie denken, die bessere Gebete aus der anderen, die brüchst vielleicht nicht Jesus im Hort haben, aber Jesus am Vergebung für die Söhne beten, ich würde bloß so einmal mehr, und lud die von den Gästen, und den Gästen, die wird unklappern, und jeder einer, wie Brüchen oder Jesus, dort ist nicht einer, ich geschlossen, und das ist die Bibel dort, sag ich, ich habe mir den Falsch nie nicht abgesagt, aber der sag ich, du hast nicht einer, wo du gehst, und der dort nicht einer, so, wer will nie, wann ich genug Zeit noch du hast, wer will uns den Herrn Jesus Hand geben, und ans Luten frie mehr, und wenn wir uns heute sehen, wenn sie sind frie mehr, dann sind sie wirklich frie, und du danke Gott für, und ob es war einer auch immer war, dann auch verschiedene schwere Kämpfen, aber in schwere Zeiten auch, aber nie weiß ich, wo ich kann hängen gehen, nicht mehr, ich kann nicht nur Jesus gehen, und andere geben, und heute lehrt und fährt einem nachher, und, ja, ich, dort sind nur von 2007, was passiert, dort, ich, den Friedrich, dort, ich war da, ich geboren war, und, ich, ich, sind wiedergekommen im Glauben, aber es war genau nicht so, wo sich das an, dass ich wohl gewöhnt habe, aber, ich, weil alle da auch wiederkommen, und, du sind, erstens für die Familie, und die Familie mit Menschen wieder, und, wir haben mich hier, und, vielleicht, der Unliegen hat, ich, für euch wieder, ausgewohlen, und beden für mich, und, da habe ich noch keinem Glauben gewusst, und, da habe ich noch keinem dort sein, dort, da unten, für Gott, wo ich von mir war, und, dann will ich besonders sagen, und, wie, ich, ich möchte von mir, und, da habe ich mir alles gemacht, und, wir, befrieden uns, Lüther, und, wir sind dann, Lüther, und, nachher, hier, und, hier, trauen wir an Familie von drei Kindern, und, sind mutig dort, und, wollen, wieder, für den Herrn schaufen, Dankeschön. Geld! Geld! Untertitelung des ZDF, 2020